Die schwarze Station ist nicht weit von hier, aber der Tunnel führt in die andere Richtung. Sie müssen an die Oberfläche. Seien Sie vorsichtig. Neue Monster sind hier aufgetaucht. Faschisten. Sie haben in den zerstörten Gebäuden draußen einen Posten errichtet. Auf dem Platz finden Sie eine U-Bahn-Kreuzung, die zur schwarzen Station führt. Die Jungs werden Sie rauslassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Raja. Ich wünsche Ihnen viel Glück. 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 Bedeckt. Passt also auf. Haben Sie Ihre Ausrüstung, Truppführer? Wenn ich Sie von der Luftschleute hole muss, trete ich Ihnen in den Arzt. Klabel, klabel. Ich meine, ich habe Sie nicht vergessen, Herr Offizier. Ich meine, ich habe Sie nicht vergessen. Schaffen wir es nicht, ziehen wir uns zur Basis zurück. Ich habe darüber nachgedacht, ob wir Sie sprengen können. Was meinen Sie, Herr Offizier? Hier oben zu stehen, finde ich gruselig. Na, was haben wir denn hier? Einen Denker. Brillant. Und haben Sie auch darüber nachgedacht, was wir tun, sobald wir das Loch erobert haben? Sollen wir dann Ihren dummen Kopf nehmen, um den Ausgang zu stopfen? Lassen Sie das. Der Kommandant hat uns eine klare Aufgabe erteilt. Die Station still erobern. Lassen Sie das. Der Kommandant hat uns eine klare Aufgabe erteilt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? 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 Was ist das?